Informationen für Personen in Erstaufnahmeeinrichtungen Wie können Sie mit einer Aufenthaltsgestattung einen Integrationskurs besuchen? Sie können bei freien Plätzen einen Integrationskurs, unter anderem einen Deutschkurs mit 600 Stunden, besuchen. Dafür müssen Sie aus Syrien, Eritrea oder Somalia kommen. Wie können Sie sonst Deutsch lernen? Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Sprachkurse, die durch das Land Niedersachsen gefördert werden, kostenfreie Sprachkurse bei Bildungsträgern oder Online-Sprachkurse. Sie haben Fragen oder brauchen Unterstützung? Wir helfen Ihnen gerne! Unter der folgenden Internetadresse finden Sie Projektpartner in Ihrer Region. 5-1-1-O-Zone St от M2-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U! Untertitelung des ZDF, 2020